Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Energie-Umleitung anzunehmen bei Prvisti Blitzlader auf Mechagon. An dieser Position ist eine tägliche Quest, erkennbar beim blauen Ausrufezeichen. Nimm sie gleich mal an. Nun darf man als erstes den NRG 100 ausrüsten. Das ist gleich daneben benutzen. Dann bekommt man hier diese Leiste und nun heißt es Energiezellen geladen. Dazu darf man ins Quest-Gebiet und Mops töten. Mechanische. Sobald ihr einen tötet, lädt sich dieser Balken auf. Das kann man gleich sehen. Mob ist tot. Das geschieht jetzt automatisch. 50 von 100. Solltet ihr mehrere Mops auf einmal töten oder kurz hintereinander und euch denken, hmm der hat gar nicht alles aufgesaugt. Dann könnt ihr die Mops auch einzeln anklicken und den NRG 100 manuell benutzen. Eventuell bekommt ihr da mehr Energie. Ich versuche es jetzt. Und jedes Mal wenn der Balken einmal voll ist, bekommt ihr ein Quest-Item dazu sozusagen, beziehungsweise der Zähler. Er hört sich dann. So ich habe jetzt ganz viel getötet. Und töte noch mehr. Aber das ist mir jetzt zu viel. Ich mache mal Schatten-Mimic. Das war jetzt ziemlich knapp. Und ich glaube jetzt, er hat nicht alle ausgesaugt. Also klicke ich hier den Mob manuell an. Klicke Quest-Item an. Nächster Mob. Quest-Item. Nächster Mob. Quest-Item. Nächster Mob. Quest-Item. Und schau da. Er saugt noch einmal. Den Gewinn, glaube ich, habe ich noch nicht. Hat ja wunderbar funktioniert, euch das zu zeigen, was ich gemeint habe. Nun heißt es weiter, Mobs suchen und Mobs töten. Aber wenn man sie in einem gewissen Abstand töten, dann geschieht alles automatisch. Nun brauche ich noch drei Mobs, würde ich sagen. Also insgesamt. Mit dem hier komme ich auf fünf. Und dann, um auf sechs zu kommen, benötige ich ja noch zwei Mobs. Falls ihr meinen Kanal supporten wollt, dürft ihr ihn gerne abonnieren. Und oder diesem Video einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Hoffen wir mal, das ist auch in eurem Sinne. Ja, aus der Sicht fällt. Toll. So, und. Sechs von sechs. Nun darf man zurück. Ja, Energie überladen. Das macht nichts. Quest ist bereit zur Abgabe. Wie darf ich euch bestücken? Quest ist abzugeben. Bei Quest die Blitzlader. Auf, Meha Gon. An dieser Position. Hoffen, das Video konnte euch helfen. Ciao. 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 . Ciao.